Das Wappen des walisischen Clans. Unser Familienzweig ist viel älter. Matthias Gordon, Eleanors Vater. Er war ein berühmter Konzertpianist. Ja, so sieht er auch aus. Irgendwie? Ich kenne diese Wappen nicht. Es sind nicht unsere. Vielleicht sind es die Wappen von Eleanors entfernten Verwandten. Nach oben kommen wir wahrscheinlich nicht. Die Treppe führt zu den Räumen im Obergeschoss. Ich gehe heute Abend auf mein Zimmer. Gut, dann gehen wir jetzt nach draußen und sagen dem Louis Bescheid. Wie schön. Also klar, natürlich verwahrlost so ein bisschen, wenn hier keiner ist, der sich darum kümmert. Und ich glaube, der Louis wird ja auch nicht alles schaffen. Aber auf jeden Fall ein sehr schönes Anwesen. Finde ich sogar fast schöner. Als Black Mirror. Was macht er da? Befreit er irgendwie den Baum von Ungeziefer oder so? Können wir miteinander reden? Was wollen Sie? Oder dient das zur Bewässerung? Ich habe keine Ahnung. Wissen Sie, dass die Klingel am Haupttor nicht funktioniert? Ja, ich weiß. Aber ich habe nur zwei Hände. Wenn ich mit meinen anderen Pflichten fertig bin, kümmere ich mich darum. Nun, Sie sollten sie eigentlich gleich reparieren. Es ist Eleanors Wunsch. Okay, ich mache das hier zu Ende. Dann repariere ich sie. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt. Was mir da gerade so einfällt, wo ich ihn hier im Garten sehne, macht ihr eigentlich gerne Gartenarbeit? Gartenarbeit? Also ich meine, einige von euch sind jetzt ja wahrscheinlich jünger und... Sir? Ja? Dieser Weg führt zum alten Garten. Besucher dürfen nicht dorthin. Madam hat mir die Erlaubnis gegeben, mich als ihr Gast frei zu bewegen. Oh, in dem Falle ist alles in Ordnung, Sir. Okay, vielen Dank. Nee, aber was ich sagen wollte, macht ihr gerne Gartenarbeit? Ich denke, die meisten von euch werden keinen eigenen Garten haben, einfach weil, ja, ich denke, die meisten jünger sind. Und es da ja nur einen Familiengarten gibt. Aber macht ihr das gerne, so Blumenpflanzen oder was weiß ich, irgendwas anderes anpflanzen, so selbstversorgermäßig? Macht ihr das gerne? Also ich finde das super ätzend, muss ich sagen. Ich habe das schon... Ich fand das schon immer ätzend. Naja. Der Schlauch ist mit einem festen Draht am Wasserhahn befestigt. Ich nehme ihn ab. Oh, okay. Ich bin auch kein, ähm, großer Pflanzen... Ja doch, Pflanzenfreund, klar, bin ich schon. Also ich habe schon Pflanzen in der Wohnung, aber dann auch solche, um die man sich nicht regelmäßig kümmern muss. Weil, äh, bei mir geht hier sowieso alles ein, weil ich das gerne mal vergesse. Außer, ja, bei solchen Pflanzen, wo ich später den Rest von der Wasserflasche reinkippen kann. Warum erzähle ich gerade eigentlich so viel? Von hier aus kann man nicht hineinsehen. Und vor allem so viel unnötigen Kram. Aber nun gut. Ich habe keine Zeit, hier rumzusitzen. Schade. Das hier ist ein hübscher Fleck. Ja, ich finde das auch voll schön hier mit so einem kleinen Gartenhaus und so. Voll das tolle Anwesen. Vielleicht können wir das erben zum verlassenen Haus. Ich gucke erst mal, ob es hier noch weitergeht. Oh, Moment, trockener Brunnen. Ich würde sagen, er ist von dem alten Schloss erhalten geblieben. Genau wie das alte Tor. Hm, also wenn die Eleanor keine Nachkommen hat, wäre das doch echt schön. Nach Aussage von Eleanor muss Richard irgendwo in diesem alten Haus sein. Es scheint verlassen zu sein. Ja, also es sieht alles ein bisschen verlassen aus, undichtes Dach und so. Aber wenn man das richtig schön macht, dann ist das bestimmt ganz nett hier. Durch das Loch kommt bestimmt eine Menge Wasser rein, wenn es regnet. Wenn Richard sich in diesem Haus auffällt, dann bestimmt nicht in dem Zimmer mit dem Loch in der Decke. Nein, ganz wahrscheinlich nicht. Außer er mag Regen. Die hat jemand hier abgestellt. Nichts, was für mich von Interesse wäre. Die Treppe sieht nicht sehr stabil aus. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht reinkommen. Abgeschlossen. Hm, hier geht's zur Kapelle. Das muss es sein. Durkham Gordons Grab. Irgendwie muss ich hineingelangen. Okay, und hier voll die Ruine. Hm, steinernder Blumentopf. Merkwürdig. Die Erde hier hat eine andere Farbe als anderswo im Garten. Heißt das etwa, dass da jemand gegraben hat? Merkwürdig. Okay. Ähm, einen Moment mal eben. So, ich hab da gerade was gehört. Also bei mir, hier, in der Wohnung. Deshalb musste ich mal kurz nachgucken. Die Pflanzen darin sind längst eingegangen. Der schwere Stein versinkt in die morastige Erde des Sumpfes. Okay. Auch hier können wir nichts mit der rechten Maustaste machen. Ein Strauch. Von der gleichen Art wie die anderen Sträucher im Garten. Dieser steht allerdings nicht in Blüte. Seltsam. Vielleicht leidet er unter der Feuchtigkeit vom nahegelegenen Sumpf. Hm. Das Gitter ist abgeschlossen. Ja, das war klar. So, ich denke, wir müssen zur Ruine der Kirche. Nee, ich meine, da müssen wir nicht hin. Der Sumpf im hinteren Teil des Gartens könnte ziemlich tief sein. Da kann ich nicht hin. Ich würde nur gerne zu dem Richard. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich nochmal zu Eleanor. Ach, vielleicht wieder hier mit der rechten Maustaste. Sie bewegt sich nicht einen Millimeter. Hat er jetzt geklopft? Offenbar steckt der Schlüssel von der anderen Seite im Schloss. Ach, jetzt müssen wir... Ach, okay. Ah, jetzt ist nur die Frage. Tür. Ich könnte den Schlüssel aus dem Schloss schieben. Aber er würde auf den Boden fallen und dann würde ich nie rankommen. Ja klar, wir brauchen was, was wir da hinlegen können. Entweder das hier. Das funktioniert nicht. Ansonsten die Todesanzeige. Das ist auch immer dieser alte Trick, ne? Den Schlüssel dann auf das besagte Papier fallen lassen und dann unten drunter wegziehen. Dabei gibt es eigentlich kaum Türen, die so einen breiten Schlitz dazwischen haben, würde ich jetzt sagen. So, Schlüssel. Wie ein Labor sieht das nicht unbedingt aus, aber wir haben eine schlafende Katze. Oh! Wo ist sie hin? Ist doch egal, die hat was fallen gelassen. Wo ist sie? Sie ist nicht im Schrank. Es ist zu dunkel darin. Ich kann nichts erkennen. Das ist doch egal. Sie hat einen Schlüssel fallen gelassen. Oh, das sieht nicht aus wie ein normaler Schlüssel. Ein Imbusschlüssel für Sechskantschrauben. Ah, okay. Das hätte ich aber jetzt auch noch auf den ersten Blick nicht erkannt. Gut. Gucken wir uns hier nochmal um. Umtisch. Nur ein paar Bögen Papier, einige Spielkarten und zwei Reagenzgläser. Okay. Alte Kleinanzeigen. Dort wird wissenschaftliche Fachliteratur angeboten. Zwei Anzeigen sind mit Rotstift markiert. Aha. Füllfederhalter. Eine Lampe. Eine kaputte Öllampe. Damit kann ich nicht viel anfangen. Das hier auch nicht. Kaffee Aschenbecher. Der Boden ist schwarz. Als hätte jemand darin etwas verbrannt. Das sieht nicht wie die Asche von Zigaretten oder Zigarren aus. Okay. Was haben wir hier? Ein Tee-Kessel. Er ist ganz dreckig. Ja? Ist da sonst noch irgend... Ah, Moment. Hier ist noch was. Verdrecktes Papier. Eine alte Zeitung. Ich will mir daran nicht die Hände schmutzig machen. Ach, Samuel. Eine alte Zeitung. Du bist auch einer. Gut. Hier ist ein Ofen. Er ist leer. Bis auf die Asche. Er ist leer. Okay. Ich klicke lieber alles doppelt an. Nicht, dass ich hier ewig lange rumsuche. Nur altes Papier. Nein. Tatsächlich sind das Zeitungsausschnitte. Ich sehe sie mir an. Junger, begabter Chemiker erntet erneut Anerkennung. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr hat der vielversprechende Chemiker Richard Gordon wohlverdiente Aufmerksamkeit erregt. Diese Woche gab er bekannt, dass seine Arbeit zahlreiche Verbesserungen auf dem Gebiet der Blutforschung bei Säugetieren mit sich bringen wird. Wollen wir ihm bei seiner Arbeit viel Glück wünschen. Seine Forschung auf dem Gebiet der Biochemie ist bahnbrechend. Daily Times, 1900... Der Text danach ist unleserlich. Ich wusste gar nicht, dass wir einen berühmten Chemiker in der Familie haben. Aha, aha. Der Richard also? Völlig verrottet. Völlig verrottet. Völlig nutzlos. Wahrscheinlich. Ein Schürhaken für den Kamin. Nur Ruß und Asche. Ich gehe davon aus, dass wir hier früher oder später bestimmt irgendwas zubereiten müssen mit dem Teekessel. Sie ist fest verschlossen. Ist das... Ah, Moment. Können wir die vielleicht hier mit öffnen? Ansonsten mit dem Messer. Aber ich glaube, das funktioniert schon. Ein Benzinfeuerzeug. Der Docht fehlt. Und eine Kerze mit Docht. Und eine Zeitung? Okay. So, wir haben eine Kerze mit Docht. Eine alte Kerze mit festem Docht. Die können wir doch bestimmt hiermit bearbeiten. Hm. Ich will mal etwas versuchen. Ob das jetzt tatsächlich oder ob das so in der Realität klappen würde? Jetzt müsste das Feuerzeug wieder funktionieren. Ja, gut. Ähm. Was machen wir jetzt mit dem Feuerzeug? Irgendwas anzünden. Aber offenes Quatsch. Da ist nur Asche drin. Ah, vielleicht kann er im Moment... Geh nochmal zum Schrank. Er hat doch gesagt, im Schrank ist es so dunkel. Da ist ein Riegel. Die Hinterwand vom Schrank lässt sich beiseite schieben. Hm. Wo könnte der hinführen? Sag bloß, ein Geheimgang. Ach. Tja, ich bin ja nicht blöd, ne? Alter. Hinter einem alten Schrank entdeckte ich einen Gang und eine schmale Treppe, die nach unten führte. Ich stieg hinunter in die Dunkelheit und spürte einen Türknauf vor mir. Und als ich die Tür öffnete... Warum hast du dich so leise hereingeschlichen wie ein Dieb? Ich wollte gerade etwas sagen, aber du hast mich sofort entdeckt. Hm. Ich bin froh, dass du wenigstens nicht lügst. Die Probe in dieser Flasche war das letzte, was ich von dieser Substanz hatte. Tut mir leid, dass ich dir Unannehmlichkeiten bereitet habe. Es war nicht meine Absicht. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich brauche diese Substanz dringend für ein Experiment, das ich heute Abend durchführen will. Kann ich dir denn irgendwie helfen? Würdest du das tun? Ich werde es versuchen. Großartig. Die Flasche enthielt das Oxidationsmittel EX52. Es ist weder ungewöhnlich noch teuer, aber es war mein letztes und ich bekomme erst nächste Woche eine neue Lieferung. Nächste Woche? Tja, wir sind hier ziemlich abgelegen. In den umliegenden Dörfern gibt es nicht einmal Fleckenentferner. Und wo soll ich dieses Oxidationsmittel herbekommen? Wenn ich das wüsste, würde ich es dir sagen. Du könntest dein Glück in Leechdale versuchen, müsstest aber bis zur Abenddämmerung zurück sein. Wenn du dich beeilst, müsstest du es rechtzeitig schaffen. Am Dorfplatz ist eine Apotheke. Da musst du hin. Ich werde sehen, was ich tun kann. Es ist Bohr-Oxidationsmittel EX52. Schreib es auf. Es hat eine kräftige blaue Farbe. Du kannst es nicht verwechseln. Ich verstehe. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich habe viel zu tun. Bohr-Oxidationsmittel. Na großartig. Na super. Müssen wir für ihn also jetzt hier sein tolles Oxidationsmittel erstmal beschaffen. Okay. Aber wir gucken uns natürlich vorher um. Eine technische Zeichnung der Maschine in der Mitte des Zimmers, würde ich sagen. Ja, das kann sein. Ich nehme eine. Haha, ich kann mir schon fast denken, was er vorhat. Wissenschaftliche Bände. Physik. Astrophysik. Nichts, was mich interessiert. Wenn er nämlich schon eine Flasche mitnimmt und dieses Zeug, ähm, ja, nur in einem bestimmten Ort zu beschaffen ist. Ich glaube, ich glaube nicht, dass Samuel da hinfahren wird. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das Ganze ist wahrscheinlich Richards Erfindung. Er enthält bestimmt Chemikalien. Na gut. Ich glaube... Hängende Konstruktion. Die Ketten führen zur Decke des Turms. Wenigstens etwas Sonnenlicht fällt durch dieses Loch in der Decke. Na gut. Ach, das ist... Das ist also genau unter der Stelle des undichten Daches. Ach so. Große Flasche. Das hat die gleiche Farbe wie der Inhalt des großen Behälters hinter mir. Das Zeug sieht ziemlich gefährlich aus. Na gut. Ich glaube, dann müssen wir uns jetzt irgendwie auf die Suche nach diesem Zeug machen. Ich glaube, dann müssen wir uns jetzt auf die Suche nachdenken. nicht bei mir werden können. Vielen Dank.